Sport verbindet. Beim 25. Frühlingsturnier des OSC Berlin treffen dieses Wochenende über 50 begeisterte Florett- und Degenfechter im Sportforum Hohenschönhausen aufeinander, um möglichst viele Punkte für die Rangliste zu sammeln. Besonders interessant ist das Teilnehmerfeld. Von 16 bis 62 Jahre. Alle sind dabei und neben zahlreichen Berliner Fechtern sind auch einige internationale Teilnehmer am Start. Obwohl auf der Bahn im Wettkampf die Unterschiede da sind, die Gegensätze da sind, im Endeffekt das verbindende Element für alle zählt und wir alle sozusagen eine Gemeinschaft darstellen und gemeinsam miteinander Sport treiben. Trotzdem sind es die Berliner und insbesondere die Fechter vom SC Berlin, die den 20-Mann-starken Florett-Wettbewerb dominieren. Im Finale kommt es dann zum Generationsduell zwischen Luis Wagner und seinen 30 Jahre älteren Vereinskollegen Andreas Urban. Schließlich ist es der erst 16 Jahre alte Wagner, der das Gefecht mit 15 zu 6 für sich entscheiden kann. Ich wollte heute sehr gut abschneiden, weil es auch wichtig für die Rangliste ist heute und habe mich gut gefühlt und habe dann gedacht, komm, heute geht was. Im Degen-Wettbewerb kommt es zum finalen Gefecht zwischen Christopher Prohl vom TSV Berlin-Bittenau und Michael Behrend vom Fechtzentrum Berlin. Behrend, der das Turnier bereits bei seiner letzten Austragung 2020 gewinnen konnte, setzt sich auch dieses Jahr durch und gewinnt mit 15 zu 9 gegen Prohl und baut damit seine Siegesserie beim Frühlingsturnier aus. Ich bin schwer reingekommen, die Vorrunde war schwierig, aber das erste Direktausstellungsgefecht gegen Sebastian Schattenfroh hat meine Kräfte mobilisiert und meine Energie und meine Power nach vorne gebracht, sodass ich zum Schluss dann noch reichen konnte. Bester Fechter des OSC ist Luca Ungurei, der nach seinem Einzug ins Degen-Viertelfinale den siebten Platz belegt. Hier noch einmal alle Ergebnisse im Überblick. Den Florett-Wettbewerb hat der SC Berlin fest in der Hand. Hier siegt Luis Wagner vor Andreas Urban, Marlon Erich und Tyler Harms. Im Degen-Wettbewerb setzt sich Michael Behrend vom Fechtzentrum Berlin durch. Hinter ihm folgen Christopher Prohl, Marco Morik und Carsten van Dieken, alle vom TSV Berlin-Bittenau. Auch wenn es für den OSC an diesem Wochenende nicht immer für Platz 1 auf dem Treppchen gereicht hat, ist das Frühlingsturnier ein voller Erfolg. Denn egal ob groß oder klein, jung oder alt, aus Berlin oder nicht, das Turnier hat sie alle miteinander verbunden. Die erste Le Bern des Ursens aus dem Musik Musik Musik